Ich bezeuge, dass Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir freuen uns, wieder unsere Unterrichtsreihe fortsetzen zu können. Liebe Geschwister, es war eine etwas längere Pause. Ihr wisst, vor Ramadan hatte ich einiges zu tun. Und im Ramadan mache ich sowieso sehr ungern Unterrichte, weil jeder da die Zeit für sich selber braucht. Möge Allah Azulajal unsere Taten im Monat Ramadan allesamt annehmen. Allahumma amin. Und jetzt, alhamdulillah Rabbil Alamin, sind wir wieder da. Und heute, insha'Allah ta'ala, geht es weiter mit der Widerlegung der Scheinargumente der irregegangenen Sekten. Wir haben schon die Argumente der Koraniun, derjenigen, die nur den Koran als Maßstab nehmen und die Sunna ablehnen. Auf diese Sekte sind wir eingegangen. Und wir sind auch auf die Ahmadiyya Sekte eingegangen, sowohl auch auf die Shia. Heute, bi'idnillah, samil al-alim, werden wir über die sogenannten Khawarij sprechen. Dieses ist ebenfalls eine Sekte, die im Laufe der Zeit entstanden ist. Und wir sollten eine Sache wissen, liebe Geschwister. Es gibt Leute, die verstehen etwas falsch in der Religion. Sie denken, viele Wege führen nach Rom. Das ist richtig, dass viele Wege nach Rom führen. Das gilt bezüglich eines Landes, wie man es erreicht. Das gilt aber nicht für die Religion. Denn in der Religion sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّ هَذَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمَا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُبُلْ Dieses ist mein Weg, ein gerader Weg. Ein, höre zu, gerader Weg. Darum folgt ihn. Allah hat ihn in der Einzahl beschrieben, subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَتَّبِعُوا السُبُلْ Und folgt nicht den vielen anderen, Klammer auf, Klammer zu, falschen Wegen, die jetzt in der Mehrzahl erwähnt werden. Warum? Weil der gerade Weg ist nur einer. Und die Wege der Irre sind viele, viele Wege unerfassbar, liebe Geschwister. Daher muss ein Muslim den richtigen Weg kennenlernen. Warum machen wir diese Serie überhaupt? Wir machen sie nicht, um euch zu zeigen, dass es so viele Sekten gibt im Islam, sondern wir wollen euch lediglich mitteilen, dass viele Leute in Sekten sind, aber sie wissen gar nicht, dass sie in so einer Sekte drinstecken. Und wir haben die Aufgabe, natürlich als Muslime, die Leute zum Guten zu rufen. Das heißt nicht, dass wir uns über sie erheben oder dass wir uns besser sehen als unsere Brüder im Allgemeinen. Nein, das ist nicht das Ziel von dieser Unterrichtsreihe, sondern das Ziel ist, dass wir uns die Rechtleitung wünschen. Ich wünsche mir die Rechtleitung und darum bitte ich Allah azawajal jeden Tag, wann auch immer ich kann, und ich wünsche euch die Rechtleitung. Aber diese Rechtleitung muss erlernt werden, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er die 73 Gruppen beschrieben hat, sagte er, 72 sind im Höllenfeuer. Dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht einfach gesagt, schaut mal Leute, alles ist gut, jeder kommt in das Paradies. Nein, er sallallahu alaihi wa sallam, weil er so barmherzig ist mit der Umar und weil Allah ihn damit beauftragt hat, sagte uns, alle sind im Höllenfeuer außer einer Gruppe, sprich einer einzigen Gruppe. Und sie wird die errettete Gruppe genannt, möge Allah azawajal uns zu ihnen gehören lassen. Er sagte, ma ana alaihi wa asha. Es gibt nur einen einzigen Weg, dem Höllenfeuer, dem Missverständnis, dem Fittern zu entkommen. Du bist auf der Religion von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und seinen Ashab und seinen Sahaba. Wenn du das erlernst, wie sie die Religion verstanden haben und praktiziert haben, dann Alhamdulillahi Rabbil Alamin kann dir nicht viel passieren. Aber wenn du einen anderen Weg beschreitest, obwohl Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dir diese Gruppe nochmal deutlich gemacht hat, einen anderen Weg einschreiten möchtest, so sage ich dir, wird es nicht gut aussehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Herzen geben, die der Wahrheit folgen und nicht dem eigenen Gelüst. Allahumma amin. Die sogenannten Khawarij. Was heißt Khawarij? Wir haben diesen Begriff schon oft gehört. Viele Leute verwenden ihn. Manche verwenden ihn im Recht und manche verwenden ihn auch im Unrecht. Denn manchmal werden auch Leute von Ahlus Sunnah als Khawarij bezeichnet, liebe Geschwister. Der Begriff Khawarij, das ist die Einzahl und die Mehrzahl ist Khawarij, stammt von dem Verb Kharaja. Kharaja im Arabischen heißt herausgehen, heraustreten. Kharaja, Yahruju, das bedeutet, er ist herausgegangen. Er ist herausgegangen, aber wir wollen die religiöse Bedeutung haben, denn das würde keinem jetzt weiterhelfen, dass wir sagen, Kharaja bin Beitehi, er ist aus seinem Haus herausgegangen. Das bringt uns nicht weiter. Sondern die religiöse Bedeutung ist Kharaja ala al-Ali, radiyallahu anhu wa'adda. Dieser hat gegen Ali, radiyallahu anhu wa'adda, rebelliert. Kharaja al-Hakim bedeutet rebellieren gegen den Führer. Und diese Leute haben gegen Ali, ibn Abi Talib, radiyallahu anhu wa'adda, rebelliert, weil sie Ali, den Viertbesten, unter den Khulafah, erst Abu Bakr, dann Omar, dann Uthman, dann Ali, radiyallahu anhu wa'adda, den Viertbesten, haben sie als Khäfer bezeichnet. Wer? Die Khawarij. Warum? Weil sie Eigenschaften haben, vor denen wir Allah, azzawajal, jeden Tag darum bitten, dass wir Zuflucht suchen. Und ihr werdet gleich die Eigenschaften hören, die diese Khawarij hatten. Sie haben ihn tatsächlich als Kefer gesehen, als eine minderwertige Kreatur und sogar wurde er von ihnen getötet. Von wem? Von einem von diesen Khawarij, der mit dem Tod Ali, radiyallahu anhu wa'adda, sich Allah, azzawajal, nähern wollte. Nur damit ihr ein kleines Bild habt, und wir werden gleich, insha'Allah ta'ala, zu den Eigenschaften kommen. Sie denken an das als wir. Sie wollen nach ihren Gelüsten die Zufriedenheit Allah, azzawajal, erreichen. Und dabei gehen sie einen ganz anderen Weg als den Weg der Muslime. Die Khawarij sind die erste Sekte, die im Islam aufgetreten ist. Die was? Die erste Sekte, die im Islam aufgetreten ist. Und sie haben eine Sache eingeführt, liebe Geschwister, die bis zu diesem heutigen Tage noch existiert. Die Muslime einfach wahllos vom Islam auszuschließen. Wie Abu'l-Bara. Wer macht so etwas? Wenn sie Ali und Rabbi Talib als Kefer gesehen haben. Was denkst du, wie sehen sie uns? Wenn sie die Sahaba, die Gelehrtesten unter den Menschen, die Besten unter den Menschen, diejenigen, die am treuesten zu der Religion waren, wenn sie diese alle zu Kuffar erklärt haben, was denkst du, wie sie mit unseren heutigen Gelehrten umgehen. Natürlich, wenn sie die Sahaba als Kuffar bezeichnet haben, dann haben sie auch gar kein Problem damit, die heutigen Gelehrten als sogar Heuchler abzuzeichnen, was noch eine viel schlimmere Begriffsbezeichnung ist als Kaffir. Denn ein Heuchler ist noch schlimmer dran als ein Kaffir, der macht noch mehr übel als der Kaffir, liebe Geschwister. Diesen Takfir, das bedeutet, jemanden vom Islam auszuschließen, einer, der sich dem Islam zuschreibt, diese haben sie in die Religion hereingebracht. Abu al-Bara, wir haben doch Takfir in unserer Religion. Richtig, aber nicht der Takfir von den Khawarij. Weil ich denke, wir werden nicht miteinander darüber streiten, ob Ali bin Abit Halib ein Muslim war. Ich sage zu dir, er war der viertbeste Khalif in der islamischen Geschichte. Du wirst mir dasselbe sagen. Ich sage dir, Allah und sein Gesandter haben ihn geliebt. Du sagst mir, Allah und sein Gesandter haben ihn geliebt. Ich sage dir, die Tochter von Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, Fatima war verheiratet mit Ali bin Abit Halib. Glaubst du, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, seine Tochter mit irgendjemandem verheiratet? Diese Person haben sie als Kaffir gesehen. Das nennen wir, dass man seinem Gelüst folgt und die Muslime vom Islam ausschließt. Und eine Handlung von ihnen ist hässlicher als die andere, liebe Geschwister. Keine Gruppierung wurde von Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, mit den Namen genannt, als diese Kaffir. Wie? Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat sie benannt? Er hat sie benannt. Und er hat sie sogar sehr genau benannt. Wie wir gleich bei Ibn Allah ta'ala die Hadithe hören werden. Über 50 Hadithe existieren über die Khawarij. Allahu akbar. Natürlich, es gibt Hadithe, die manchmal umstritten sind, aber so viele sind gesichert und andere sind umstritten. Aber über 50 Hadithe existieren über die Khawarij. Du wirst dich wundern, der Gesamte, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, und die Beliefung ist bei Ibn Majah von Ibn Umar, radiallahu anhu adda, er sagte, ein jedes Mal, wenn sie hervortreten, und es gibt viele Generationen, und zwischendurch kommen sie immer hervor. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat uns eine wunderschöne Botschaft gegeben. Immer wenn sie herauskommen, immer wenn sie dabei sind, sich zu organisieren, eine gewisse Stärke, Stellung zu erlangen, dann wird diese Generation abgetrennt. Bedeutet, sie werden getötet, und ihnen wird nicht die Möglichkeit gegeben, eine Stellung zu erreichen. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wir haben nie gesehen, im Laufe der Geschichte, von der Zeit von Ali ibn Abi Talib, radiallahu alaihi wa sallam, bis zu diesem heutigen Tage, dass sie tatsächlich eine Stellung hatten. Sie können sich irgendwo manchmal aufhalten, in einem bestimmten Gebiet. Sie gehen meistens in die Wüste, weil da gibt es keinen, den man zum Körper erklären kann. Und daher gehen sie in solchen Gebieten und verbleiben dort, weil für sie alle anderen Kuffars sind. Sie wollen nicht in einer normalen Gesellschaft leben. Denn dort sind für sie die Leute Kuffar. Also gehen sie in irgendwelche Gebiete und machen sozusagen ihr eigenes Territorium mit 15 Mann. Möge Allah sallallahu wa ta'ala uns bewachen. Was sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Höre erstmal, was Ibn Umar sagte. Nachdem er gesagt hat, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ein jedes Mal, wenn sie hervortreten, ein jedes Mal, wenn eine Generation hervortritt, dann wird sie abgetrennt. Das heißt, sie bekommen erst gar nicht die Möglichkeit, eine Stellung zu bekommen. Dann sagte Ibn Umar radiallahu alaihi wa sallam, zusammen kämpfen. Die Überlieferung ist nach Sheikh al-Albani, rahimhullah ta'ala, Hassan. Und nicht nur, dass wir hier erfahren, dass diese Leute Unrecht machen gegenüber den Muslimen. Sie werden mit Ad-Dajjal in Verbindung gebracht. Was für eine üble Kombination. Und dieses passiert nur bei Leuten, deren Herzen auch gleich sind. In welcher Zeit kam diese Sekte, liebe Geschwister? Diese Sekte war schon vorhanden mit ihrem Urgroßvater. Wenn wir sagen Urgroßvater, dann meinen wir ihren Führer. Diese Sekte war schon in der Zeit vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, vorhanden. Allahu akbar abu albara. Ich hoffe, du hast einen Beweis für das, was du sagst. Inshallah, gedulde dich. Wir werden dir gleich den Beweis liefern. Und als er über die Gruppierung gesprochen hat, sagte er, die, die in dessen Zeit, das heißt von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, aufgetreten ist, die Zeitnaste sind die Khawarij. Und er sagt, Aber in der Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, haben sie sich noch nicht versammelt, sich noch nicht organisiert. Und sie haben da noch keine Stärke erlangt. In der Zeit aber von Ali radiallahu alaihi wa sallam, sind sie dann mit ihren Schwertern aufgetreten. Da haben sie eine gewisse Macht gehabt, die immer noch klein war. Denn Ali ibn Abi Talib hat sie wahrlich vernichtet. Möge Allah azawjall ihnen für jeden Einzelnen den besten Lohn geben. Allahumma amin. Und den Sahaba radiallahu alaihi wa sallam, ajma'in. Und wir hören, dass wahrlich die Bekämpfung dieser Leute mit Lohn verbunden ist, sogar mit dem Paradies. Allahu al-Musta'an. Wie übel kann so eine Gruppe sein, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam selber entschließt, diese Leute zu bekämpfen. Sie haben sich noch nicht organisiert gehabt. Das heißt, wo waren die Khawarij dann? Der Urgroßvater, der Führer der Khawarij war schon mit der Zunge in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Im Übrigen, die Khawarij selber würden sich niemals Khawarij nennen. Sie nennen sich Shurat. Woher kommt dieser Begriff? Allah azawjall sagt im Koran, inna allaha shtara minal mu'minina. Wahrlich, Allah azawjall hat von den Gläubigen etwas gekauft. Das heißt, Handel betrieben mit den Gläubigen. Sie haben gesagt, wir sind diejenigen, von denen Allah ihr Vermögen und ihre Seele gekauft hat, damit sie das Paradies bekommen. Shtara. Deswegen haben sie sich genannt, was? Shurat. Und sie haben immer gedacht, dass sie nur für das Paradies wirken. Nur für das Wohlgefallen Allah azawjall. Denn als Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu adha einmal eine Khutba gemacht hat und er war im Irak, liebe Geschwister, waren sie unter der Gemeinschaft in der Freitagsredigt. Und während Ali ibn Abi Talib diese Leute erwähnt hat, dann haben sie gesagt, in il hukmu illa lillah. In il hukmu illa lillah. Und sie haben teilweise ihre Ohren verschlossen, damit sie nicht hören, was Ali ibn Abi Talib ihnen antwortet. Die Überlieferung ist bei Al-Bidaya und Al-Nihaya von Ibn Kathir rahimullah ta'ala. Sogar sagte einer mitten in der Khutba, als Ali ibn Abi Talib die Khutba veranstaltet hat, sagte er eine Aya aus dem Koran und das machen sie sehr gerne. Sie nehmen die Ayaat, die für die Kuffar herabgesandt wurden. sie projizieren diese Ayaat auf die Muslime, wir kommen noch dazu. Er sagte immer wieder, Allahu Akbar, zu Ali ibn Abi Talib, wenn du Schirk begehst, er meinte Ali ibn Abi Talib mit der Ayaat, dann werden alle deine Taten hinfällig sein und du wirst am Tage der Auferstehung zu den Verlierern gehören. Wie übel kann so eine Gruppierung sein? Sie haben Ali ibn Abi Talib das Leben nicht leicht gemacht. Und trotzdem, und das sollt ihr immer wissen, das ist die Rahmah von Ahlus Sunnah. Obwohl er sie hätte vernichten können, von Anfang an mit den Sahaba, radiyallahu anhu, hat er sie nicht bekämpft, bis sie mit den Schwertern losgezogen sind. Bis die Khawadij mit den Schwertern losgezogen sind, erst dann hat Ali ibn Abi Talib sie auf gewaltigste Art und Weise bekämpft, liebe Geschwister. Lasst uns die Überlieferung hören, die bei Al-Bukhari und Muslim überliefert ist von Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, er sagte, ein Mann kam zum Gesandten sallallahu alaihi wasalam. Das ist wichtig, dass wir wissen, wer ist dieser Mann. Da sagte dieser Mann, oh Allahi, die Wörter, die ich dir jetzt erwähne, wirst du niemals aussprechen können. Aber ich spreche sie aus, weil sie im Hadith drin stehen und ich möchte euch diese Botschaft übermitteln, damit ihr seht, wie Leute, die abgeirrt sind, nicht nur abgeirrt sind, sie sind auch unverschämt und haben weniger Achlag als das Vieh. Hört mal, was er sagte, er sagte dieser Mann, oh Muhammad, er sagte nicht, ja Rasulallah und in der Zeit, wo Muhammad sallallahu alaihi wasalam präsent war, da durfte man nur sagen, ja Nabi Allah oder ja Rasulallah, oh Gesandte Allahs oder oh Prophet Allahs. Er sagte, ja Muhammad, oh Muhammad, sei Gericht. Klammer auf, Klammer zu, du bist ungericht. Allahu Akbar, wer von uns traut sich, solche Wörter zu sagen? Wallahi, und Allah ist mein Zeuge. Wenn der Prophet, sallallahu alaihi wasalam, auf meinen Kopf gespuckt hätte, in mein Gesicht gespuckt hätte, hätte ich mich gefreut, weil die Spucke von ihm ist Baraka. Hätte ich mich so gefreut und ich wäre stolz darauf gewesen. Da kommt so ein Unverschämter und sagt, ja Muhammad, sei Gericht. Der Prophet, sallallahu alaihi wasalam, sagte, weh dir, weh dir, wer sonst soll gerecht sein, wenn ich nicht gerecht bin? Und dann sagte er ihnen, Rasulullah, sallallahu alaihi wasalam, du aber bist der Scheiternde, der zugrunde geht und der Verlierer. Wenn du meinst, dass ich nicht gerecht handle. Und ihr müsst wissen, die Sahaba, radiyallahu alaihi wasalam, haben sehr viel Eifersucht für die Religion gehabt. Und manchmal haben sie so viel Eifersucht gehabt, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasalam, sie bremsen musste. Sie wollten es nicht, weil das ihrem Gelüst entsprach, sondern weil sie haben einen Angriff gegen die Religion gesehen. Und in der Tat, dieser Mann sagt, sei gerecht. Das heißt, du bist ungerecht, ja Rasulallah. Dann sagte Omar ibn al-Khattab, radiyallahu alaihi wasalam, oh Gesandte Allahs, lass mich diesen Heuchler töten. Omar radiyallahu alaihi wasalam, hat nicht viel geredet. Wenn er das gesagt hat, hätte er es auch vollzogen. Da sagte Rasulallah, subhanallah, Wallahi shawt mal diese Barmherzigkeit. Er sagte, Allah bewahre mich, dass die Leute sagen, dass ich meine Gefährten töte. Weil die Leute denken, das sind meine Gefährten. Und wenn sie sehen, dass einer von ihnen dann getötet wird, von denen, die nicht wirklich meine Gefährten sind, dann werden die Leute daraus sagen, der Prophet, sallallahu alaihi wasalam, tötet seine Gefährten. Dann sagte er, über diesen Mann, der so unverschämt war, wir kommen gleich zu seinem Namen, wenn dieser Mann und seine Gefährten den Koran rezitieren, dann überschreitet er ihre Kehlköpfe nicht. Das bedeutet, der Koran hat bei ihnen gar keine Wirkung. Sie rezitieren und sie rezitieren sogar sehr viel. Wenn sogar die Sahaba, die die Besten in der Anbetung waren, wenn sie ihr Koran lesen mit dem Koran lesen der Khawaric verglichen hätten, so hätten sie sich geschämt, die Sahaba, radiyallahu alaihi wasalam. Sie lesen viel und sie lesen flüssig. Aber, was sagt der Asulullah, sallallahu alaihi wasalam, er beschreitet nicht ihre Kehlköpfe. Und sie gehen aus dem Islam raus, genau wie der Pfeil, der durch die Jagdbeute durchdringt und herausgeht. Sie fallen vom Glauben ab. Die Überliebung, in diesem Wortlaut ist bei ihm ein Muslim, liebe Geschwister. In einer anderen Überlieferung wurde der Mann näher beschrieben. Und das ist das Schöne, wenn wir mehrere Überlieferungen haben, dann haben wir auch mehrere Informationen. Und manchmal gibt es ein Wort, was so schwer ist, selbst für die Araber, zu erklären, aber andere Hadithe erklären dieses Wort. Und ein Mann, das ist derselbe, der unverschämt ist, der der Großvater, der Khawaric ist, ich komme gleich zu seinem Namen, inshallah, der einen dichten Bart hatte. Schaut mal, wie er beschrieben wurde. Er wurde beschrieben, nach Religiosität. Er hatte einen dichten Bart, dichte Wangen, tiefliegende Augen, eine hohe Stirn und einen rasierten Kopf. Und er kam und sagte, ja, und dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihm ähnliche Worte entgegnet, wie in der ersten Überliebung. Wir brauchen das nicht alles zu wiederholen. Und dann kehrte dieser Mann, den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, den Rücken zu und ging weg. Khaled ibn Walid bat dann den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, um Erlaubnis, diesen Mann zu töten. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, höre diese Wörter. innahu yakhruju min dikdii hadha qawmun yatluna alkitab yatluna kitab allahi ratubah la yujawizu hanajirahum yamrukuuna minaddini kama yamruq Er sagte, aus der Nachkommenschaft von diesem Mann, das heißt, seine Generationen, er ist der was? Der Führer von ihnen. Jetzt bekommt ihr den Namen dhul huwaisira dhul huwaisira alaihi min allahi ma yastahiq Da sagen wir nicht radiyallahu an, weil er wie ein Sahabe behandelt wird, sondern Allah soll ihm seine gerechte Strafe geben. Wir hören, was er für einer gewesen ist. Aus der Nachkommenschaft von diesem dhul huwaisira werden Leute kommen, die den Koran rezitieren. Allahu akbar. Überlegt, jemand rezitiert den Koran, ist Araber, die Araber damals haben die arabische Sprache, anders verstanden als die Araber heute, die den Koran rezitieren und er überschreitet nicht ihre Kehlköpfe. Sie töten die Leute des Islams. Allahu akbar. Und lassen die Götzendiener leben. Eywallah, sie sind hauptsächlich beschäftigt mit dem Töten der Muslime. Sie sind hauptsächlich beschäftigt mit dem Töten der Muslime. Und jetzt die Wörter von dem Barmherzigsten aller Menschen, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Wenn ich sie antreffe, weil er wusste, sallallahu alaihi wa sallam, das war der Führer von ihnen, aber er sagte, die eigentlich gehörten nach ihm. Wenn ich sie antreffe, das heißt, wenn ich noch bis dahin am Leben bin, so werde ich sie selber vernichten, wie Allah das Volk von Aal vernichtet hat. In einer anderen Überlieferung vermutet. Wie hat Allah diese Völker vernichtet? Ich gebe euch einen Satz, er hat niemanden von ihnen übrig gelassen. Taib, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, der so barmherzig ist, sagt dieses über Leute, die sich nicht richtig verhalten haben, nicht nur, dass er das sagte. Er sagte, so werde ich sie vernichten, wie das Volk von Aal. Wir haben gerade gehört, Allah hat niemanden von ihnen übrig gelassen. Weder von Samud noch von Aal. Das heißt, Abu'l-Bara, willst du uns sagen, ihre Fitna ist nur zu bannen, wenn sie nicht mehr da sind? Antwort ja. Die einzige Lösung bei diesen Leuten. Die was? Die einzige Lösung bei diesen Leuten. Diese Überlieferung mit dem Wortlaut ist bei Sahih Muslim, liebe Geschwister. Deswegen sagte Ibnul Jawzi rahimullah ta'ala, Awwalul Khawariji, er sagt, der erste unter den Khawariji ist Dhul Khawaysira. Ist Dhul Khawaysira, das ist der Name von ihm bei Talbis Iblis. Und wir können uns natürlich oft fragen, liebe Geschwister, ist diese Person nur irregehend gewesen, Dhul Khawaysira, der Führer von ihnen? Oder ist noch ein härteres Urteil? Höre, was Shaykhul Islam rahimullah ta'ala sagte, قال Shaykhul Islam Ibn Taymi rahimullah ta'ala, هذا der Rajulu qade nassa al-Qur'an wa anna hu minal munafiqi. Der Kur'an hat belegt, dass Dhul Khawaysira, dieser Mann, unter den unter den was? Gläubigen? La. Unter den Kuffar? La. Unter den Heuslam ist. Abul Barak, damit wir dich richtig verstehen, wir haben noch im Kopf, dass der Führer, der Shia, Abdullah ibn Sabah war, ein jüdischer Heuchler. Wer ist der Vater, Urgroßvater von Al-Khawarij? Auch nicht viel besser. Er war ein Heuchler gewesen. Er war was? Er war ein Heuchler gewesen. Und Allah azzawajal hat ihn auch genannt im Koran, nicht mit Namen, aber diese Eier handelte um. Was erstaunlich ist, und das haben die Ulema auch aus diesen Überlieferungen herausgeführt hat, diese Leute, die Chawarij, die wollen gar nicht die Religion. Schaut mal, dieser Dhul-Huweysra, er kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, warum? Wegen der Religion? Nein, wegen der Beute. Es ging um die Beute. Sei gerecht, fürchte Allah, gib mir das, was mir zusteht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat so verteilt, wie Allah es ihm offenbart hat. Mit seiner Hikma, mit seiner Weisheit natürlich, hat er die Kriegsbeute verteilt. Und ein Teil hat dieser Dhul-Huweysra bekommen, aber er war nicht zufrieden damit. Was wollte er? Ich frage euch, liebe Geschwister, wollte er Religion oder Dunya? Und bei den Chawarij geht es nur um Dunya, wenn sie auch die Religion vorschieben. Nicht viel anders als bei den Rawafid, bei den Shia. Möge Allah uns bewahren, denn das sind wirklich politische Gruppierungen. Abul Barah, wie kann so eine Gruppe irregehen? Wir haben jetzt zwei, drei Wörter gehört, was dieser Urgroßvater von den Chawarij gesagt hat. Wie kann eine Gruppierung so irregehen? Hör was Ibn Al-Qayyim in Madarij als Salikin sagte, er sagte, einige der Salaf sagten, Wenn Allah ein Befehl ergehen lässt, so kommt der Schätan und er bringt die Leute mit diesem Befehl oder dieser Befehl führt dann dazu, dass Leute übertreiben oder untertreiben. Übertreiben oder untertreiben. der Schätan er kommt. Wie kommt er? Bei Leuten, die zum Beispiel, wie die Chawarij, vieles an Ibadah gemacht haben und Ibn Abbas als er zu ihnen hereinkam zu den Chawarij, um mit ihnen zu diskutieren, um die Iqamat Al-Hujjah, die Belehrung zu vollziehen, damit sie keine Ausrede mehr hatten, sagte er und er war erschrocken. Ich habe nie gesehen, dass Leute so eine Anbetung vollziehen wie diese Leute. Allahu Akbar. Sie waren so eifrig in der Ibadah, schaut wie Ibn Abbas sie beschrieben hat, dass sie schon an der Stirn Spuren, deutliche Spuren hatten von der Niederwirkung. Und die damaligen Chawarij waren tatsächlich bezüglich der Ibadah tausendmal besser als die heutigen Chawarij. Die heutigen Chawarij wollen nur Naschid hören, töten und sich die Jungfrauen als Sklavinnen nehmen. Ibadah, er sagt später, später, wir müssen erstmal kämpfen. Zum Fajr aufstehen, später, später, das ist alles viel, viel später. Ich denke an Yasmin, das ist meine neue Sklavin, Yasmin. Mit ihr hört er dann den Naschid. Aber ihm gefällt der Naschid, besser als Yasmin. Allah al-Musthad. Was wollte Ibn al-Qayyim uns sagen? Diese Chawarij kam mit viel Anbetung. Und ihr müsst eine Sache verstehen, liebe Geschwister, deswegen versuchen wir euch immer, mit der Hilfe Allahs die Religion näher zu bringen. Schaitan ist nicht dumm. Er kommt mit der Religion, um dich von der Religion wegzubringen. Subhanallah. Schaitan schafft das, er schafft das. Er kommt zu den Leuten, die eifrig sind in der Ibadah und bringt sie noch mehr dazu, Ibadah zu machen, Ibadah zu machen, bis sie sich selbst geholfen. Abul Barah, wirst du mir sagen, die Chawarij haben sich selber gefangen, du wirst das noch hören, inshallah. Sie gefallen sich selber. Ein Mann kam einmal, oder ein Jugendlicher, zu einem von unseren Schuyuch und er sagte zu ihm, ich verstehe nicht, warum bei mir im Leben alles schiefläuft. Dann sagte der Schächer, was hast du für eine Antwort da drauf? Er sagte, schau mal, ich bete alle meine Gebete, meine Sunan, ich bete in der Nacht, ich spende, ich lasse nichts Gutes aus, außer dass ich es tue. Ich verstehe das nicht, nichts kriege ich auf die Reihe. Er sagt, das ist dein Problem, dass du deine Taten siehst, dass du deine Taten sozusagen als Argument gegen Allah nehmen willst. Und du hast gar keine Taten. Was sind deine Taten? Wer hat dir gesagt, dass sie überhaupt angenommen werden von Allah? Wer hat dir gesagt, dass du selber diese Taten von deiner Kraft aus ausgeführt hast? Allah Azzawajal sagt, höre diese Ayah, In Surat Al-Takur Ihr könnt nicht wollen, wenn Allah nicht will. Wenn Allah nicht will, machst du gar keine Taten. Und dann verhilft Allah dir zu einer Tat und du wirst eingebildet mit dieser Tat. Du bekommst ein Gefallen an deinen eigenen Taten auf das Nudim Allah. Das ist der Weg, des Übels. Was sagt den Shetan? Du bist der und der. Du hast ein Recht. Dann war ich der Gläubige, der eifrig ist in der Iberda. Er sagt dann zu dem Vater von einer Frau, um dessen Hand er gebeten hat, er sagt dem, warum lehnt ihr mich ab? Der andere, der betet nicht in der Nacht. Ich bete eineinhalb Stunden. Der andere, er spendet nicht. Ich spende. Er denkt, dass er durch seine Religiosität ein Sonderricht bei Allah ist. Schaut mal, der Shaitan, dieser Mann macht den Befehl, dieser Muslim, der religiös ist, macht den Befehl, Aber er überschreitet die Grenzen und Ibn Qayyim Rahmatan Wasia sagte, dass du deine Grenzen verletzt in der Gehorsamkeit ist schlimmer, als dass du deine Grenzen verletzt in deiner Sündhaftigkeit. Allahu akbar, abul barah, erkläre uns das. Eine Person, er betet, er fastet, er gefällt sich und wenn andere Leute ihn auf seine Taten ansprechen, sagen, ist doch klar, nenn mich Schäf, ihm gefallen seine Taten. Der Sünder, er ist Munkasir, er ist gebrochen, zerbrochen, er sagt, möge Allah mir vergeben. Dieser ist besser bei Allah, weil er einsieht, dass er Munkasir ist, dass er nachlässig ist gegenüber Allah, als der andere, der die Grenzen der Gehorsamkeit verletzt. Warum? Weil er sieht sich besser als die anderen. Subhanallah. Ja, und diese Leute gibt es, dass sie in der Gehorsamkeit übertreten, er sieht sich tatsächlich als etwas Besonderes, er sieht bei sich Dinge, die er bei keinen anderen sieht. Der Bart von mir ist der Bart. Die anderen haben keinen Bart. Mein Siwa ist der Siwak. Die anderen benutzen ihn nicht richtig. Mein Gebet ist das wirklich vollständige Gebet. Das ist ein Problem. Diese Tat nennen wir Ujum und sie zerstört die Taten, liebe Geschwister. Sie zerstört die Taten. Deswegen gehöre zu den jenigen, die sich schlechter sehen als jeden Muslim. Die immer mit Allah versuchen, ein gutes Blatt zu haben. Sich immer wieder erinnern, dass ihre Taten nichts bei Allah wert sein können, wenn Allah es nicht tut. Die immer denken, ja Allah, ohne deine Zufriedenheit habe ich keinen Wert. Dann wirst du anders lieben. Auch wenn du viele gute Taten machst, Allah lässt dich diese Taten nicht sehen. Und du machst immer weiter mit diesen guten Taten. Lasst uns zu den Eigenschaften der Chawarij am nächsten sind in dieser heutigen Zeit. Und die Enkelkinder davon sind die Takfiris von diesen Chawarij, damit wir sehen, warum diese Leute so sind. Und wir werden uns bei dieser Reihe Zeit lassen. Wir werden die Scheinargumente sowohl der Chawarij als auch der Takfiris intensiv behandeln. Sie haben auf eine Person geschaut, das ist eine ihrer Eigenschaften und haben nicht seinen Islam bestätigt. Wie? Bei uns ist doch die Grundlage von Ahlus Sunnah Al-Jamaah derjenige den wir als Muslim sehen auch als Muslim behandelt. Das ist alles Sunnah Al-Jamaah. Bei diesen Leuten ist die Grundlage der ist ein Käfer bis er sein Islam bestätigt. Der ist ein Käfer bis er sein Islam bestätigt. Es gibt welche unter Ihnen die sind von diesen Chawarich und haben diesen Tafkir. Sie kommen herein in die Moschee und kennen den Imam nicht. Sie wissen gar nichts über ihn. Sie könnten nicht urteilen über ihn. Dann sagen sie nein nein wir können nicht hinter ihm beten. Wir hätten da 50 Akida gefragt. Der Ärmste weiß selber nicht dass er gerade ein Mubtader ist ein Erneuerer. Sheikh Al-Islam nannte diese Leute Erneuerer die hereingehen und die Leute erstmal nach ihrer Akida befragt. Er ist ein Mubtader und er hebt sich über die Leute. Der der Bidda macht. Weil diese Sache ist nicht vorhanden. Wenn du jetzt zum Beispiel in einer Stadt bist ich bin jetzt zum Beispiel in Düren gibt es die Stadt war das Deutschland egal du bist in Düren und siehst eine Masjid in Düren nicht woanders gehst du herein in diese Moschee und dann hörst du Allahu Akbar und die Leute beten Lachi willst du sagen stopp ich hätte da erstmal ein paar Fragen du schließt dich an und betest mit ihnen weil du sie als Muslime sie sie ja beten nur Muslime es gibt doch auch Heuchler die beten das stimmt aber wer sagt dir wer ein Heuchler und wer ein Muslim ist deswegen haben wir die Grundlage und das ist Ijma unter allen Gelehrten von Ahlus Sunnah bei jedem mit dem sich mit Gewissheit bestätigt dass er Muslim ist wie ich sehe einen der sagt Muslime Muslim so einfach so einfach macht dir das Leben leicht warum schwer das ist Grundlage von Ahlus Sunnah bei jedem wo sich der Islam bestätigt so darfst du ihn nicht vom Islam ausschließen außer mit derselben Gewissheit mit der er den Islam angenommen hat wenn du siehst mit Gewissheit er hat den Islam angenommen so darfst du ihn nicht vom Islam ausschließen außer mit derselben Gewissheit Subhanallah ja so ist die Sache Abul Barat gib uns einen Beweis dafür du wirst viele Beweise bekommen inshaAllah und zwar in As-Sahih bei Al-Bukhari wird überliefert an Rasulallah und ich werde die nächsten Hadithe nur noch auf Deutsch lesen weil wir haben noch einiges vor uns liebe Geschwister an Rasulallah sagte zu Usama der Gesamte sagte zu Usama wer war Usama Usama war der Liebling von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihn sehr geliebt er sagte zu ihnen als er im Krieg war gegen eine Person und diese Person von den Muschrikun von den Götzendienern hat mehrere Sahaba getötet wie bitte mehrere Sahaba getötet bis einige der Sahaba zu Usama ibn Sayyid radiallahu alaihi wa sallam kamen und sagten du musst dich um diese Person kümmern Usama radiallahu alaihi wa sallam ist hingegangen und wollte ihn bekämpfen die Person von ihm ist sein Schwert heruntergefallen sein Schwert war von dem Götzendiener nicht mehr in der Hand faqada la ilaha illallah dann sagte er la ilaha illallah faqada dann hat Usama das getan weil er ihn als Heuchler gesehen hat weil er ihn gesehen hat als eine Person der nur sein Leben schützen möchte er hat ihn mit dem Schwert getötet und was ist so schlimm daran außerdem ist das Usama ibn Sayyid der Liebling vom Prophet kein Jahil wie du und ich alles richtig und Usama ibn Sayyid war nicht eine Person der irgendwer war sondern von den Sahaba und das war eine Kriegssituation wo das Adrenalin durch den ganzen Körper fährt und natürlich was sollte er machen der hat doch viele der Sahaba getötet was ein deutliches Zeichen daraufhin ist dass dieser ein Kafer einer ist der nur die Muslime bekämpfen wollte hören wir ob der Prophet das genauso gesehen hat es wurde erwähnt beim Gesandten dass Usama ibn Sayyid diesen Mann getötet hat hast du diesen Mann getötet nachdem er das Glaubensbekenntnis ausgesprochen hat und was wirst du Yawmul Qiyama vor seinem La Ilaha Illallah sagen Subhanallah auch noch Yawmul Qiyama ich mache hier gerade eine gute Tat ich bin mit dir im Jihad ich will das Paradies erreichen und dann kommt eine Ansprache von dir Yawmul Qiyama wird es schlecht um mich aussehen wozu bin ich hier so sagte der Gesandte Sallallahu aleyhi wasallam was wirst du Yawmul Qiyama vor seinem La Ilaha Illallah ja Gesandte Allah sagte Usama er wollte sich nur retten mit diesem La Ilaha Illallah dann sagte Rasulullah Sallallahu aleyhi wasallam hast du sein Herz geöffnet dass du hereingeschaut hast und er wiederholte dieses immer wieder dann sagte Usama es gibt verschiedene Überlieferungen bitte um Vergebung für mich er hat das eingesehen du meinst Usama hat falsch gehandelt ja wer hat ihn belehrt der Prophet sallallahu aleyhi wasallam aber wenn Usama hast du den Propheten gesehen dass er auch die Argumente von Usama geantwortet hat als Usama sagte zum Beispiel er wollte sich nur retten hast du hast du gehört dass der Prophet sallallahu sallallahu weißt du weißt du Usama ich kann nicht verstehen es ist eine schwere situation er sagte zu ihm was wirst du was wirst du was wirst du bis Usama sagte bis ich mir vom tiefsten Herzen gewünscht hätte dass ich an diesem Tag erst Muslim geworden wäre bedeutet Usama hat erkannt dass er einen großen schwerwiegenden Fehler gemacht hat er sagte hätte ich an diesem Tag nachdem ich den Fehler gemacht habe den Islam angenommen der Islam löscht alles was davor war aber so wer wird mir helfen die Überlieferung ist bei immer Muslim mit diesem Wort glaubt liebe Geschwister das erste ist sie urteilen beurteilen eine Person die auch äußerlich ein Muslim ist sie akzeptieren nicht den Islam dieser Person wo subhanallah wenn ihr auch gesehen habt diese Verbrecher möge Allah uns bewahren vor so einer Gruppierung ISIS dann kommt einer und nimmt ein Messer und den den er unter seinem Arm hat dieser sagt la ilaha illallah Allahu akbar und der Verbrecher von ISIS sagt Bismillah und schlachtet ihn im Namen Allahs der sagt la ilaha illallah er sagt Bismillah ja Allah bringe mich näher zu dir durch diese tat die ich nur für dich nur für deinen Wohl hast du gesehen dass die Chawaric nicht so weit entfernt sind von uns das gibt es die Chawaric schließen wegen großen Sünden vom Islam aus die Geschwister der Iman der Glaube von Ahl Ahl ist das Sprechen mit der Zunge die Überzeugung im Herzen und die Übertragung mit den Taten das heißt dass man auch die entsprechenden Taten dazu macht und der Iman steigt mit guten Taten und sinkt mit schlechten Taten das ist die kurze Begriffsbezeichnung des Iman bei Ahlus und darüber gibt es wie As-Shafi'i unter den Sahabern ein Hinschma da brauchen wir nicht lange zu reden aber was sagt denn die Chawaric wenn man eine große Sünde macht so nützt das nichts man wird ein Käfer dadurch wie Abul Wallah einer macht eine große Sünde er begeht zum Beispiel Sinna oder trinkt Alkohol oder lästert oder macht etwas in dieser Art dieser ist bei den Chawaric ein Käfer ein Käfer und eben da nehmen sie nichts heraus wie kommen sie dazu wie urteilen sie deswegen sagen wir euch immer den Koran zu rezitieren ist eine Sache die Hadith zu lesen ist eine Sache aber sie zu verstehen ist eine ganz 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 andere Sache sie haben eine Aya genommen unter anderem das ist nicht das einzige unter anderem haben sie eine Aya aus Surat Al-Jinn genommen wer die Khawaric wo Allah Azzawajal sagt Wer sich auch immer Allah und seinem Gesamten widersetzt so wird er in ein Feuer hereingebracht auf ewig darin zu bleiben okay aber das sagt doch Allah richtig aber was haben die Khawaric verstanden sie haben wer sich Allah und seinem Gesamten widersetzt nicht als das gesehen was wir gleich hören werden was richtig ist sondern sie sagten wer eine große Sünde macht der ist raus aus dem Islam ich habe keine Akidabücher von den Khawaric gelesen besser wo sie auch diese Eigenschaft nennen nein brauchst du nicht wir wissen dass sie mit einer Kabira mit einer großen Sünde ausschließen außerdem gab es keine Gelehrten von ihnen die Bücher schreibt weil sie waren mit den Sklavinnen beschäftigt Abul Barah was heißt das jetzt heißt das dass sie einen ausschließen wenn man eine große Sünde macht natürlich heißt hier nicht wer einfach sündigt sondern wer Schirk begeht Kufr begeht weil die Akida von Ahl wie ihr wisst liebe Geschwister ist dass kein Muslim der mit dem Islam stirbt möge Allah nur als Muslime leben und sterben lassen kein Muslim der mit dem Islam stirbt wird für ewig ins Höllenfeuer gehen sei die Sünde auch so groß wenn wir sagen Sünde dann meinen wir nicht den großen Schirk oder den großen Koffer wir reden über die Sünden wenn sie auch gewaltig sind wie zum Beispiel das Nehmen von Zinsen was eine gewaltige Sünde ist möge möge und dass wir Alkohol trinken Sinner machen oder Sonstiges warum haben sie falsch gelegen sie haben eine Ayah vom Koran genommen und haben andere Ayah ausgelassen höre was Allah sagt in der Ayah 48 Allah wird niemals vergeben dass ihm andere Götter zur Seite gestellt werden aber alles was darunter ist an großen Sünden vergibt er wem er will Allah wird niemals vergeben dass ihm andere Götter zur Seite gestellt werden Abul Barad dann haben doch die Christen gar keine Chance die Juden keine Chance wenn sie den Islam an nehmen weil sie haben Schirk gemacht sie haben andere Götter neben Allah beigesellt diese Eier gilt nach dem Tod aber im Leben kann man alles vorreiten Möge Allah uns nur mit einem aufrichtigen Taube sterben lassen Allah Allah wird niemals vergeben dass ihm andere Götter zur Seite gestellt werden aber alles was darunter ist das bedeutet an Sünden seien sie auch so so viel wie das mehr so vergibt Allah und die Überlieferung von Ibn Omar er sagte er sagte wir haben bezüglich der Leute mit den großen Sünden wir haben uns zurückgenommen bezüglich ihrer Vergebung hat hat sämme mit nabi sallallahu alaihi woselam yaku in Allah tabaraka und taala la yagfir a yagfir ma duna dhal k yagfir ma duna dad schaf a ti l ahli k bay r min oma yawma 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 sakna an k thier mima tana fie an fuzina so that Wir haben uns davor zurückgehalten, für die Leute mit den großen Sünden ist die Gefahr zu machen. Aber bis wir vom Gesandten diese Eier hörten, Allah wird niemals vergeben, dass ihm andere Götter zur Seite gestellt werden. Aber alles, was darunter ist, vergibt er, wem er will. Dann sagte der Prophet, und diese Überlieferung, liebe Geschwister, ist bei verschiedenen Überlieferern, unter anderem bei Abu Ya'la. Und Sheikh al-Albani sagt, dass sie Hassan ist. Er sagte, ich habe meine Schafaha, meine Fürsprache, dass ich ein gutes Wort für die Muslime einlege, ich habe sie bezüglich derjenigen, die große Sünden machen, verspätet. Allahu akbar. Und niemand wird die Fürsprache bekommen, der als Käfer gestorben ist. Das ist klar unter den Gelehrten. Er sagte, ich habe sie verspätet für diejenigen, die, die was? Die große Sünden machen von meiner Ummah, Yawmul Qiyyana. Dann sagte Ibn Omar, so haben wir uns sehr zurückgehalten, bezüglich diesen vielen Angelegenheiten, über die wir vorher nachlässig waren, darüber zu urteilen. Subhanallah. Und Ibn Abdul Bar, er sagt, Rahimullah Ta'ala, in At-Tamhid, er sagt, Er sagt, Ahlussunna und Jemaah haben eine Übereinstimmung darüber und sie sind diejenigen, die das beste Verständnis haben, dass niemanden eine bloße, große Sünde, sei sie noch so gewaltig, dass sie ihn vom Islam wegbringt, aus dem Islam herausbringt. Und nur die Leute der Bidda haben ihn in diesem Thema widersprochen. Aber die Leute der Bidda interessieren uns nicht, liebe Geschwister. Dann kommen wir zu den letzten Punkten. Sie töten die Muslime und lassen die Götzendiener am Leben. Wallahi, wie ihr das seht. Sie bekämpfen die Muslime, die die Feinde bekämpfen. Die Muslime sind beschäftigt mit der Bekämpfung der Feinde, dann kommen sie dazwischen und lassen die Feinde der Muslime und bekämpfen die Muslime. Wie ihr das auch gesehen habt bei den letzten aktuellen Dingen. Er sagte, Sallallahu alaihi wa sallam, die Beliefung ist bei Al-Bukhari, Yaktuluna ahle al-Islam wa yada'una ahle al-awthan. Sie töten die Leute vom Islam, die Muslime, und lassen die Götzendiener übrig. Wenn ich sie erreiche, antreffen sollte, so werde ich sie töten, wie das Volk von Ad vernichtet wurde. Subhanallah. Und nur damit ihr Bescheid wisst, und ich hoffe, wir haben noch etwas Zeit bei Ibn Allah Ta'ala. Eines Tages war Abdullah ibn Khabbab unterwegs gewesen. Abdullah ibn Khabbab war der Sohn von Khabbab ibn al-Arad, ein großartiger Sahabi. Abdullah ibn Khabbab, der Sohn, war mit seiner Frau unterwegs, die schwanger war. Die Beliefung ist bei Imam Ahmed. Dann haben die Khawarij ihn aufgelauert. Und sie sind zu ihm hingegangen und haben ihm gesagt, wer bist du? Er sagte, ich bin der Sohn von Khabbab, dem großartigen Gefährten des Propheten, Sallallahu alaihi wa sallam. Haben sie ihm gesagt, lass uns was hören, was er berichtet. Das heißt vom Gesandten, Sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah ibn Khabbab, r.a. Er hat gesagt, ich werde ihn jetzt ein Hadith nennen, vielleicht wird ihr Herz dadurch weichen. Aber er wusste nicht, was sie danach dadurch mit ihm machen werden. Er sagte zu ihnen, mein Vater berichtet vor Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dass dieser sagte, Es wird eine Zeit der Fittern geben, wo der Stehende, wo der Sitzende besser sein wird, als derjenige, der steht. Und derjenige, der steht, ist besser als derjenige, der läuft. Was ist das für eine Überlieferung? Das ging um die Fittern, liebe Geschwister. Weil eine Person, der zu den Fittern rennt, der wird von dieser Fitna gerissen. Und es gibt solche Leute, subhanallah, die rennen zu den Fittern. Was war das für ein Thema? Das ist wichtig, das interessiert mich jetzt. Was hat der mit dem gesprochen? Sag mal, wurden die getötet? Zurecht, nicht zurecht? Was denkst du? Und bin man mit Fittern beschäftigt. Wudu? Wala Wudu, wala Shudu. Der hat gar nichts vom Wudu. Allahu alaihi wa sallam, wie viele Gebete er ohne Wudu gemacht hat. Russen? Er weiß nicht mal, wie man das auf Arabisch schreibt. Was kann er? Nichts. Außer Fitna machen. Und er rennt zu den Fittern. Weil er steht. Und der, der jetzt steht, der sieht mehr von den Fittern. Der ist den Fittern näher. Und deswegen schaut man Abdullah ibn Rabbab mit seiner Hikma. Was wollte er? Er wollte, dass diese Leute verstehen. Lass diese Fitna. Aber sie haben es nicht verstanden. Was haben sie gemacht? Dann haben sie ihn genommen wie einen Gefangenen und haben mit ihm den Weg beschritten. Dann haben sie ein Schwein gesehen, liebe Geschwister. Und ich werde den Rest auf Deutsch machen, insha'Allah ta'ala. Und dieses Schwein gehörte von einem von Ahlul Dhimma. Ahlul Dhimma sind die Juden oder Christen. Ihr wisst, in einem islamischen Land nennt man sie Ahlul Dhimma, weil sie unter der Herrschaft des Islams leben. So hat einer von den Chawaritsch dieses Schwein getötet. So sagte der andere zu ihm von den Chawaritsch. Was hast du da getan? Das ist das Schwein von einem Wilden. Wie kannst du den tötet? Du hast diesem Mann, der Juden oder Christen, Unrecht angetan. Auch wenn das ein Schwein ist. Lass das Schwein. Dann ging er und hat um Vergebung gebeten bei dem von Ahlul Dhimma, dass er das Schwein von ihm getötet hat. Und dann fiel eine Frucht runter vom Baum. Dann hat er sie gegessen. Und der andere sagte zu ihm, was machst du da? Das ist Unrecht, das ist nicht deins. Dann hat er es ausgespuckt und gesagt, ich werde es nicht essen. Aber Abdullah ibn Khabbab haben sie geschlachtet. Wegen dem Schwein hat es ihnen Leid getan. Und wegen der Frucht hat es ihnen Leid getan. Aber dem Sohn von einem Sahabi, den haben sie getötet. Und sie haben ihren Bauch aufgespießt und das Kind raus. Und in einer Überlieferung auch das Kind getötet. Das sind die Khawaritsch. Möge Allah uns vor ihnen bewachen. Die letzten zwei Punkte, liebe Geschwister. Sie nehmen die Ayat vom Koran, weil sie kein Fiqh und kein Verständnis haben. Sie nehmen diese Ayat vom Koran und übertragen sie auf die Gläubigen, auf die Muslime. So sagte Ibn Omar, und die Überlieferung davor, dass sie Abdullah ibn Khabbab getötet haben. Sie ist in der Beginn und Ende von Ibn Khabbab. Und diese Überlieferung, die ich festgelegt habe, sagt Ibn Haja, dass sie richtig ist, authentisch ist. Ibn Omar hat sie als die Übelsten der Geschöpfe gesehen. Wen? Die Khawaritsch. Wie er es vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gelernt hat. Sie haben Ayat genommen, sagt Ibn Omar, die um die Kuffar gehandelt haben und haben sie auf die Muslime übertragen. Haben sie auf die Muslime übertragen. Diese Khawaritsch sind jung und sprechen schöne Wörter, aber sind die übelsten aller Geschöpfe. Die Überlieferung ist bei Bukhari, ein Muslim von Ali, er sagte, ich hörte den Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, sagen, am Ende der Zeit erscheinen Leute, die jung und unreif sind. Das heißt, ihre Uqul, ihr Verstand ist außer Reihe, wenn ihr versteht, was ich meine. Sie sagen Wörter, die am besten unter den Menschen erscheinen. Ja, weil sie kommen mit Koran und mit Sunnah. Aber wenn du diese Wörter hörst, dann bekommst du eine Süße in deinem Herzen und sagst, Allahu Akbar, das ist Allahs Wort vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, aber sie verstehen gar nichts von diesen Wörtern. Aber sie sagen diese Wörter. Aha. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sie dringen durch den Glauben durch, das heißt, sie fallen vom Glauben ab, genauso wie der Fall. Das war unbedingt, das war übrigens ein Grund, warum manche Sahaba gesagt haben, warum manche der früheren Gelehrten gesagt haben, dass die Khawaritsch keine Muslime sind. Wir kommen noch zu dem Urteil. Aber, er sagte, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wenn ihr solchen begegnet, Khawaritsch, dann tötet sie. Wer solche tötet, der hat bei Allah seinen Lohn dafür am Tag der Auferstehung. Das gilt natürlich nicht hier in Deutschland, sondern das war der Aufruf vom Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, zu seiner Zeit, als er den Sahabern gesagt hat, wie sie mit diesen Leuten umgehen sollten. Und Abu Sa'id, radiallahu alaihi wa sallam, er berichtet, Ich brauche einen anderen Teil. Er beschrieb, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, die Überlieferung ist bei Abu Dawud. Das sind Leute, ihre Wörter sind schön, sie sagen schöne Wörter, aber ihre Taten sind übel. Was bedeutet das? Er sagt dir, wir möchten in einem Land die Scharia einführen. Welcher Muslim möchte das nicht? Denkst du, ein Muslim wünscht sich nicht die Scharia in seinem Land? Natürlich, jeder Muslim wünscht sich das. Ihre Wörter sind schön, aber was machen sie dann, um die sogenannte Scharia zu erreichen? Sie lassen Bomben platzen an jedem Ort. Ihre Wörter sind schön, aber ihre Taten umso übler, liebe Geschwister. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, bei Imam Muslim, Sie sind das Übelste, Sie sind die Übelste Schöpfung, Sie sind Übel und das Übelste unter der Schöpfung. Und das Übelste unter der Schöpfung, haben manche Gelehrte verstanden, als schlimmer als die Tiere. Tuba liman qatalahum. Derjenige bekommt das Paradies, der sie bekämpft. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Hadithen. Wa tu'ajibahum nufusuhum, sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Und die Überlieferung ist von Anas ibn Malik. Und authentisch nach den beiden Hadithgelehrten. Und zwar sagte Anas ibn Malik, sie gefallen sich selbst. Sie gefallen sich selbst. Und daher sagen die Leute von As-Sunnah, sie sagen, diese Chawaj, die, die anderen als Kuffar gesehen haben, sind selber in den Kuffar gefallen und trotzdem haben Ahl-Sunnah sie nicht vom Islam ausgeschlossen. Wie Abu'l-Bara. Höre, was Sheikhul Islam Rahimullah Ta'ala sagte. Er sagte, Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, sie schließen nicht einfach eine Person aus, aufgrund eines Ijtihads, der einen Fehler gemacht hat, der sich abgemüht hat, etwas herauszubekommen aus der Religion, ein Urteil, und er hatte einen Fehler gemacht. Sondern, sie haben nicht einmal, sagt Sheikhul Islam, wer? Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, die Khawajj vom Islam ausgeschlossen, die das Blut von Uthman und Ali und anderen als erlaubt erklärt haben. Habt ihr verstanden? Wer das Blut der Muslime für erlaubt erklärt hat, etwas für erlaubt erklärt, was Allah azzawajj verboten hat. Und trotzdem, trotzdem schaut, und damit schließen wir ab, liebe Geschwister, was sagen Ahl-Sunnah über diese Khawajj? Die Gelehrten waren sich darüber uneinig, ob sie Ungläubige sind. Richtig aber ist, dass sie nicht zu Ungläubigen erklärt werden. Und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Und Ali ibn Abi Talib, wurde über sie gefragt, ob sie Ungläubige seien, woraufhin er antwortete, sie sind vom Unglauben weggerannt. Demnach fallen sie in die Erneuerung des Takfir. Sie haben diese Bid'a von dem Takfir hereingeführt, einfach Leute wahllos als Kuffar zu betiteln. Und wir sollen auch nicht in die Erneuerung des Takfir tappen und sie zu Ungläubigen erklären, indem wir denselben Fehler machen, wie die Takfir ist. Schaut mal, subhanallah, a'l-Sunnah. Diese Khawajj ohne Zweifel, die zucken nicht mit der Wimper, uns als Kuffar zu bezeichnen. Auch die heutigen Takfiris. Aber wir sind barmherzig. Wir sagen nicht dasselbe Urteil wie sie, weil wir wissen, was das für eine gewaltige Sache ist. Möge Allah, subhanahu wa ta'ala uns befestigen und möge Allah, subhanahu wa ta'ala uns nicht vom geraden Weg abbringen. Und es tut mir leid, liebe Geschwister, heute, inshallah, verzichte ich auf den Frageteil, weil wir auch wirklich etwas Gleiches, das Maghrib, und wir haben leider sehr wenig Zeit, aber ich verspreche euch, ein Versprechen, inshallah, erinnerst du mich daran, wenn nicht, müsst ihr mir vergeben. Am Wochenende werden wir, inshallah, in Braunschweig sein, und da werden wir uns etwas mehr Zeit nehmen für die Fragerunde. Das war nur die Einleitung heute. Das war nichts Großes. Das war heute nur die Einleitung. Das nächste Mal reden wir über die Scheinargumente, der sowohl Khawarij und Takfiris, die wir in der heutigen Zeit haben. Möge Allah, subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.